Das ist hier, ey. Ja, das ist im Aufzock drin. Oh, okay, ganz gut sehen. Ja, jetzt sehen wir. Kommt das denn her? Ist doch eigentlich alles... Okay, ist nicht alles zu. Auch gut. Ich hab da was am Fuß. Kleb ein bisschen. Ach, ja. Der Mark hat für euch alle einen Plan. Gott wird immer für euch da sein. Er ist gütig. Bullshit. Auszusehen sind es absurd wie ein Ladodocks. Achtung, gleich kommt er raus! Waffen da? What the fuck? Achso, du bist gar nicht tot, okay. Okay. Jetzt noch viel Kampf. Was? Okay, mach du das. Soll ich? Hast du mich gerade eingefahren? Nein. Ach, da waren das die. Ja, weißt was ey. Kommt, hier. Hier. Nervensägen. Nein. Hm, Roastbeef. So unmenschlich. Gut. Ich nehme mal das. Soll ich keine Kisten. Geht's hier weiter? Ja, geht hier weiter. Okay. Da ist noch Kisten. Ehm. Wie ist dies? Jo. Diese Ragdolls. Mhm. Vor allem wenn sie am Fuß hängen bleiben, wie so Kruppapier. Ja. Hier ist ein Lager. Ähm. Warte, ich mach Feuerzeichen. Ah, okay. Funktioniert. Wo? Hier. Verriegelt. Achso. Ich dachte ja, wenn wir beide da sind, geht's dann auch. Ne, da steht aber doch Partner. Okay. Puh, dann müssen wir weiter gehen. Anscheinend. Oder ist hier hinten noch was? Ja, ne Kiste. Was? Ja. Achso. Ich bräuche dringend Medi-Tags. Hm. Bzw. eine Rentsch. Wenn sie aber richtig machen. Boah. Dann kriegst du mal 12 von mir. Ja. Okay, danke. Brauchst du irgendwas im Gegenzug? Hm. Gar nicht, ne. Okay. Wir brauchen Verstärkung. Was zur Hölle ist das? Wahrscheinlich unser Spinnfreund. Geh zu. Hä? Weil du den Aufzug-Eingang blockiert hast. Achso. Ah, ja. Hm. Lecker. Ah, weißt du was? Hier kommt das Feuer. Ja. Nice. Aber ich glaube Eis ist tatsächlich weit, deswegen er wird übers Feuer. Ich werde es gleich wechseln. Mhm. Mit Feuer muss draufhalten, nach einer Sekunde zu fest ist das. Mhm. Ich hab gar nicht verbracht, wieviel Schaden Eis macht. Naja. Was zum Teufel? Oh. Wow. Nice. Schöne Skulptur. Oder so. Ja genau. Schieß ne Bola hinter. Ja. Warum denn nicht? Was könnte passieren? Ja. Und der schießt zurück. Feuer. Feuer. Leia, 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 leia Ah, hei Ah, ok, fast Lass den mal die Arbeit machen Nee, lieber nicht Jetzt stirbst du da mal, du bist Vieh Da rennt immer noch, ah, klein Vieh Klein Vieh, ah Ah Geht rechst du ja Es gibt noch Hits und Käthe gleichzeitig Ah, hinter dir Was? Eie Ihr lad halt deinen Schuss auf Nein, die Güte Puh Ist das n'n schönes, ach so'n Hack-Turm Okay Also Hack-Turminal Ein Hack-Turminal Weil ich da hinten Bei dem ist hier irgendwas Guck mal zum Plateau Okay Später Dann dürfe das ja alles gewesen sein Dann hacken wir morgen Ich hab keine Bots mehr Nein Nein Ah, eh, 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 na Nee Nee, F Ach ja Was für die da Extrem schwer Moment Nicht dein Ernst Unfair Unfair Wow Wow Okay Ich hab mich retten können Wow Das wär jetzt scheiße Hm Hm Was? Ja, aber ein Falltasten Ach so Ja Was? Moment Wie? Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Okay Hm, dann geht's gut So, Hobart Ja, danke, dass du mir das Bild versperrst Alles gut Alles gut Ah Ja Mir geht doch Boah Was steht da? Hm? Irgendwas wegen Bohrstätte Okay Oder Bohrstätte Ja Was zur Menge ist das? Die Bohrstätte Das Lager sollte direkt vor uns sein Dann sollten wir das Ding lieber in Bewegung setzen Boah Das sollten wir echt machen Fertiiiine Boah Hier mit Triebolzen Und ne Bank Glaub ich Oder Kann man da ran? Nee, die ist kaputt Ah Deswegen Ah Ha Brauchte eine Batterie Nee Äh Ganz gefährlich War es aber nicht Kernbohrungskraftform online Achtung an alle Behinderrührig ist als scheiß den Klemmt Hey, helfen sie mir die Sicherheitstore runterzufahren Sicherheitsstore Runter Ich hoffe sie wissen was sie tun Äh da Okay Was haben wir denn? Hm? Du hast mal ne 7 Wolfram neuch wieder 200 Warum hast du so viel Wolfram? Hab ich gefunden Anscheinend So Weg mit dem Eisstrahl Ich hab 60 Wolfram Okay Äh ja Feuer ist auf jeden Fall besser als Eis Was Mann ich will doch mal Es ist nicht ein Haftes Zwingend Haftes Zwingend Haftes Zwingend Haftes Nope Also Ja Die 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 Wollte man stehen Ja mal probieren Schade nix Mehr sterben können wir nicht Klingt gut. Warum das? Der ist wohl... Ja, das haben Borosu an sich. Boah, ich brauche die Medipacks. Stell dir auch gleich mal welche. Ja, da hast du mich dran gelassen. Ich habe mich fast wieder vergessen gehabt. Peinlich, peinlich. Mh. Äh... Wechsel herstellen. Okay. Also Packs... Ich... T. Der schaut echt komisch aus, der Borer. Ach, ich habe gerade. Okay. Muss reichen. Was sagtest du denn da? Ist gut voll. Okay. Äh, fang schon nicht. Orientierung. Ach, orientierung. Ach, orientierung. Ja. Cooling's effect. Okay. Ja, du meinst. Jetzt muss das. Oh nein. Jetzt sind wir. Hm. Ja. Wtf. Genau jetzt kommen Gegner oder was? Ja. Ey, das war so klar. Und jetzt? Sie sind der Raketenwissenschaftler? Sagen Sie es mir. Hey, Schiffe sind mein Gebiet. Nicht riesen definitionel. Das passiert jetzt. Jetzt suchen sie nach einer Überbrückung! Was zum Henker ist das? Du! Jetzt du... Kack! Zombiefie ey! Ah! Die ganze Zeit diese... Nervige haben sie das nicht gestalten. Oh man hat mich der Poli die ganze Zeit gewollt! Der muss doch mal das Dase anmachen. Der soll nicht erworben zu finden sein. Okay... Oh schade... Oh... Ja... Ich glaube wir müssen das Glas zerschießen. Boah! Boah! Alter! Alles knapp! Da schießt das Glas hin. Äh... Äh... Ich möchte vielleicht nicht davon stehen. Drei... Drei... Zwo... Eins... Bitte das Deck vollständig räumen! Was? Das sieht nicht richtig aus. Und nochmal Glas zerstören. Und gleich wieder das gleiche Spiel. Oder? Ne... Jetzt sind die... Drei... 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 Abgesch... Äh... Jesus! Ich dachte echt das war's jetzt. Ja... Scheiß auf den Planeten! Kommen Sie! Verschwinden wir hier! Ne... Ich mag's hier eigentlich. Okay, Ali. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar, abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hat, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Robert ist normalerweise nicht so. Keine Ahnung, warum er... Wir machen das unter uns aus. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh es dir selbst an. Oh, gut. Okay. Geballten wir hier durch? Ja, ich glaub schon. Mhm. Ich hab am Anfang aber gar nicht gepeilt, dass das jetzt ein Bosskampf sein soll. Äh. Ja, warte mal. Nicht gegen so einen Bohrer. Aber schön, bleib mir kreativ. Mhm. Also genau wie ich den Thumbnail gestalten werde dafür. Haha. Mhm. Hast du nicht, welchen Bohrer? Ich nehm gute zwei. Vielleicht alle beide? Mhm. Egal. Egal. Nicht das passende Thema. Ach, ja. Aber Thumbnail-Bolzen scheinen tatsächlich nicht allzu stark zu sein. Ja, die klimmen, äh, Gegner fest an Wände oder so. Na ja, gut. Und reißen Körperteile weg wie Sau. Ist das cool. Hab ich jetzt hier so nicht gesehen. Äh, in diesem Zusammenhang. Also bei den Skeletten hab ich die ganze Zeit irgendwelche Körperteile weggefetzt. Ah, oh. Aiming. Noch was hier? Ne. Bitte, NX-03. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich hab meine Bots wieder. Verstehe ich gerade. Mhm. Hier hinten. Sehr gut. Hm. Ja, das wär unten dann. Ja, kann nochmal kurz runterfahren. Dann für Ressourcen kann man schon mal ein bisschen was mehr Aufwand betreiben. Ja, oder auch nicht. Hm. Hm. Du rockst ab. Yeah, hier. Hehe. Ey, warte mal. Die Handbewegung ist einzigartig. Hä? Na ja, egal. Also, da hinten geht's weiter, oder? Ja, schon, schon klar. Aber auf der Höhe wär's ein bisschen was sehr krankhaft. Ja. John. Ja, ja, ja. Er herzt mich nicht. Heilscheiße. Isaac, da sind Sie ja. Wir sind oben auf der Observationsplattform. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten. Das ist es. Wunderschön, nicht wahr? Die Forscher nannten es den Nexus. Sie glaubten, dass diese größeren Exemplare als Leiter des Markersignals fungierten und dieses an die kleineren Exemplare sendeten. Was bringt uns die Lieferung weiter? Ich glaube, dass Sie die Maschine gefunden haben, indem Sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja. Ist das eine wunderbare Chance? Ja. Nein. Kein Fall. Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Äh. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Na, tun Sie sich bloß nicht weh. Ja, tun Sie sich bloß nicht weh. Reichtloch. Heizsystem. Äh. Gut, also Medipacks habe ich jetzt genug. Hast du noch Zockstangen? Hm. Okay, jetzt sagen wir, dass wir die uns teilen, aber anscheinend doch nicht. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Ah. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Aha. Neuer Anzug. Neuer Anzug. Geil. Haben wir eine andere Station hier irgendwo? Ja, da stehe ich gerade drin. Ah. Wechseln Archäologenanzug. Ach, wieder ein Körperwärmeanzug. Ja, man weiß ja, ne? Ich bin hier nicht stehen, Bild. Bei mir nicht. Nicht? Hm-hm. Oh, Gold. Oder so. Gelb. Passt so gar nicht zu dir. Hm. Aber naja. Ja, obwohl ich mein' auch mal an. Wie sieht denn der Utan aus? Willst du zuerst mal mein... ...kimmelnde Pilzkragen ist irgendwie irritierend. Ding. Fass, dass ich so viele verdammte Lampen auf dem Kopf hab. Oh ja, geil. Alles voll aufgerüstet. Das ist perfekt. So. Jetzt kannst du... Jo. Was haben wir hier schönes? Ja. Danke. Ja, diese Ram... ...ne Delik-Faser. Jo, dann schauen wir doch mal. Aber weil die auch so schwuchtelgelb ist. Werden wir sehen. Mikrowelle. Ping, fertig. Nope. Genugt. Ich muss noch mal drauf hinweisen. Du wolltest Isaacs spielen. Ja? Ja. Du kannst auch den anderen wieder nehmen, wenn dir der so gelb ist. Weil du hättest du ja bei derselbe geblieben. Ah. Ja, 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 ja. Feuer mich ruhig an. Ja. Wir haben ihn.